Straudel, das ist lustig, wenn es so donnert. So? Wieso denn? Uns kann hier nichts passieren, oder? Das stimmt. Volltreffer! Herr Reichsleiter, was ist passiert? Ich melde, der Führer ist tot. Warum denn nicht? Da ist Papa. Am 30. April 1945 hat der Führer Selbstmord begangen. Und damit alle, die ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Getreue Befehl des Führers, waren wir, deutsche Soldaten, bereit, die Kampelie kaum zu setzen, obwohl eure Position zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung ehemaligen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unseren Verbundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando des sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weitling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Bitte ein Glas Wasser.